ja guten tag liebe leute mal wieder zum dritten vlog ist das eine pisse hier ja wie ihr leicht hören könnt regnet es wie scheiße es ist circa 17 uhr 20 bin mal wieder auf dem weg zur arbeit und ja könnt ihr mal gucken was hier so ja alles alles scheiße hier wenn es auf dem dorf regnet dann klappt das hier gar nicht ja als kleine information als wichtige information ich werde vom sonntag bis zum nächsten sonntag nicht vorhanden sein also ich kann euch keine bms oder sonst irgendwas beantworten ich in der zeit werde ich auch keine musik machen denn ich fahre in den urlaub in den bayerischen wald ein bisschen abschalten und danach habe ich noch eine woche urlaub und das heißt ihr bekommt wirklich da content bis zum geht nicht mehr weil da habe ich richtig viel zeit werde ich auch recht viel aufnehmen denke ich mal und ja ansonsten in vindictus wotten fack habe ich gestern ja da habe ich nicht schlecht geguckt ab wie viel leute in die gilde wollten und es sind leider ist läuft alles in die schuhe rein und es sind immer noch paar bewerbungen offen die werde ich heute annehmen ich glaube wir sind dann 24 25 mannen und das ist extrem geil und krass also finde ich gut dass hier ein teil einer großen gilde sein wollt also eines multi clans ich musste noch mal ein bisschen die homepage um ändern alter ist meine füße sind sowas von nass ja finde ich super ja mein mage ist jetzt level 17 ja ich habe endlich geschafft dieses verfickt teure set zusammen zu kriegen und lust hier ist ja daran ich habe es fertig mache eine mission und kann schon das nächste kosten da fragt man sich warum hat man überhaupt die ganze zeit gefahren aber genug ap bekommen um meine eisboja auf b zu machen das ist warte mal b b b b b b ja ist b ja genau muss ich level 20 werden um es auf a zu machen das macht auf alle fälle viel spaß die ts ip wert ich dann ja unter dem movie nicht unbedingt machen weil dann kommt ja jeder voll spaß und das wäre nicht gut weil ist ja auch passwort geschützt und tiefen schutz halt da ist das ein scheiß gegen mann ein glück habe ich hier so einen schönen rot weißen regenschirm ja ansonsten morgen habe ich da zeit werde ich den test zu destiny online aufnehmen wird wird kein großes movie und dann gibt es natürlich auch die entscheidung für den buchstaben e vergesst bitte nicht auf den blog zu klicken das wäre muss ich einfach mal immer wieder sagen und ja ansonsten ich wünsche euch viel spaß in den videos oder euren anderen games ihr könnt ja mal in den kommentaren reinschreiben was ihr war nicht verslaut hier was ihr zurzeit spielt vielleicht so krieg ich wieder mal ein game raus und feste das mal an wenn es muss ja nicht gerade ein bekanntes sein oder so was ich mag ja doch lieber diese unbekannten mal testen von so ein paar hobbyentwicklern und die schlecht machen ja ansonsten wünsche ich euch viel spaß euer zu haken tschüssi und ich bin bis nass